Sachblot ich hab voll in deine Richtung geschossen so hier Fragezeichen eine Swings die Mana Queen ist kommen ganz wo dies geht follow her and pay the cost es sind fort und sie will wieder eine auf vorzulesen so scheiße denn viel liest doch vor interessiert geil okay das ding hat voll den stock im arsch du hast aber einen stock im hirn das ist viel schlimmer Sankt Bär der Panda Bär oder der Pädobär der Pädobär also doch der Pädobär ne hier der der Dingsbums Bär hier wie heißt der hier sanft und sicher der sich immer im Toiletten oh hier liegt ein lustiges a mysterious sword Hilfe ich bin festgenagelt ah verpfeift doch hier Wichskinder du bringst doch mal auch schon wieder Viecher auf ne dann macht es mir am Lake hier fuck you fuck you aber man merkt hier er hat so langsam verstanden dass er ein Fernkämpfer ist und kein Nahkämpfer hier liegt übrigens hier so ein episches legendäres Ding rum oder nicht er durfte nur dass ich es nicht aufnehmen kann ja dann bestimmt weil ich das schon aufgesammelt habe ich weiß auch gar nicht hier liegt siehst du das hier Shale Stone Rod nö aber ich sehe den Gegner hier gut ich hab nämlich hier so ein mysterious sword warte mal ich hab hier auch was zum Identifien aber das war für den Nahkämpfer so ne scheiße nix für uns wa muss ich dann in der Stadt da muss ich nachher mal in der Stadt und muss das Ding dann mal wegbringen also ich bin auf jeden Fall gewappnet ich hab 65 Health Potions also Big Health Potions keine Giant nope oh gucke mal gucke mal kommt her hier fresst mein Feuer aber schön reinrotzen hier ja Leccomio Pam 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 ihr Wichs Kinder fach zur Hölle ach so da ist mein Hund ich dachte schon mal kommt da angewatschelt a chest geil was liegt daneben irgendein unidentifiziertes Item wieder nö ich hab dann Fighting Sword Wort irgendwas an die Sache ich hätte dir wieder den Arsch Standard an Identify Helmuth ja was soll sein können so heißen und den Arsch zu retten 29 pro alles nur nix mit anfangen irgendwie das hat Pfeil und Bogen können wir so nix mit also so n-so 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 n ach ich hab auch Huge Health Potions guck mal an oh ne noch hier oh Fire Armor ich weiß jetzt nicht was am Gegnern kommt ne 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 das kann weg ja gut wir sind in der Wüste ne also ne ne das kann weg das kann weg außer Leichen und Opfer des Kapitalismus findest du hier nicht viel Opfer des Kapitalismus das liegt wahrscheinlich an diesem eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee genau richtig ne wer pletter wochen da kann ja so viel mit Anfang über dem Zeug kann ich damit umfangen nein 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 so und nun in das Weg und das Weg und nein und nein 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 ne 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 so um um Nürnberg mal hier was dann müssen Staten für hessiges Spiel Jett Avenger Adventure schön ach ja äh die festplatte von Daniel ist übrigens mal wieder unterwegs jetzt zu mir das heißt ich kann morgen wieder den ganzen Tag irgendwie Krep hochladen was waren hat 100 GB Euro sind ja mal plus minus da müssen wir an einem Tag alles hochladen ist sehr schön kurz noch ab und zu mal das Leben retten ja ne tut mir leid ich hab's gerade mit zwei Champions zu tun denkst du fühlst dich jetzt besonders ja natürlich habe ich hier drei am Arsch kleben besonders ja klar genau aus zwei macht drei also Daniel hat irgendwie heute mit dem Zählen hast du heute nicht so ne ein Knick in der Optik boah meine Güte sterb doch einer ist schon mal weg drei Euro hat es ja nicht stirbt und dauernd ist mein Mahler low Robic Manaporten drückt sich gut Uhr wenn ihr wenigstens schön in meinem Feuer drinstehen bleiben würden aber jetzt haben sie draußen weil sie mal gemacht nun jetzt haben wir ja nicht gemacht der Kroner kommen die wird doch nicht Eltern ja auch nicht einmal an das lebt immer noch dann scheißvieh mhm jetzt aber boah oh hat ein paar Big Mana und Half Potion hier was verloren sehr gut sehr sehr gut oh hier kommen wir hier liegen oh da ist noch einer mein Pack ist voll aber ich muss erst mal skillen oder ja schön dass du skills wenn ich hier mit dem Champion wo es nicht wieder aufgegabelt er hat es auch gar nichts mit der Mühle den gerade nicht so jetzt aber immer sammeln den Knicks oder auch nichts kann abschieben weil denn jetzt mein Pet zu mir auch ein gar nicht wieder viel so und tschüss Patches ich müsste auch mal gucken weil es jetzt tolles so gibt mhm ich muss hier gerade mal damit kann ich nichts anfangen oh damit kann ich nichts anfangen mhm Requires Level 33 natürlich mhm in the middle plus 3 zu all damage mhm na komm weg ich bin mal nicht so was ist denn das für ein Dingin ja achste das ist ein Zauberstab äh Dingens hier mit dem kann man direkt ich habe eine Lederhose gefunden passt ihr zum Oktoberfest ach gleich anziehen Oktoberfest ja ne da will die nicht und Pistole kann ja auch nicht mit anfangen wer will die für die 10 0,7 2 Sekunden schon wieder skill. ist schön was hat denn hier in der Mädchen finally attuned to the elements in flicking elements Chance to burn schon zu ja klar willig 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 haben so boah schon lange her dass ich ein 4 zu 3 Format spielen musste ey das ist ja hier echt ekelhaft ja ich sag ja nix kann er halt's Maul meine Grafikkarte nutzt mich das wäre deine schicken du nutzt dich selber immer Klappe ey verschwert ihr mir den Weg die Sau weil es kann boah Wehe das mit ich habe gar kein Auto du zum Stern müssen wir hier lang irgendwie j j oder bin ich da falsch ne und Level 22 bis 26 und ich hab jetzt gerade 20 den würde ich vielleicht nicht mehr gehen wir gehen wir gehen erstmal hier ein bisschen Erkundschaften glaube ich genau ja geh mal links lang da können wir noch ein bisschen schöner Level noch pushen und dann können wir da reingehen. Armadax heißt das Vieh. Armadax. Ganz schön viel live, das Teil. Langsam haben die ganz schön viel live. Also müssen wir... Langsam müssen wir da richtig aufpassen. Level up. Nichts mehr mit einfach nach vorne sprinten und hier Eierschaufeln. So a la Daniel. Nach vorne sprinten und... Ich sehe auch schon kommen, wir werden das Let's Play irgendwann abbrechen, weil Daniel nix mehr geschießen kriegt. Und meinst du, wie im letzten Let's Play, was wir angefangen haben? Bei Magica meint es. Ja, aber mal. Was hat der denn hier? Ach so, den soll man befreien oder was? Hm. Help me. Moing. Ich kann mal nix mit dem machen. Ich sagte mal nur, hey, welcome. 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 Ah, jetzt... Ah, jetzt. Ah, jetzt. Ah, was ich hab's geschafft. Ah, so. Ah, was nehmen wir denn jetzt nicht? So, wie Attack Speed näher, dass wir Amini. Manas däure mit... Ich kann davon nix so glücklich. ich auch nicht alles krepp für mich ist per 4 für sie können das wäre vielleicht das wäre vielleicht was aber welches tauschen wir dagegen ein alter wie kreis level 25 das mit dem plus 4 da tauschen wir dagegen ein brauchst du Eis und Feierarmor im Moment nicht das Amulett mit rückwärts level 27 oder Fokus 31 im Moment nicht so nicht so nicht boah das ist das für ein ekelhaftes Vieh down diese ganzen Sandviecher die hier rumlaufen was ist denn hier noch schönes guck mal hier ist es noch weiter oder hier geht es in eine Düne zähl wieder raus oh 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 liebe Kinder gebt kein Acht ich hab euch etwas mitgebracht Zombies level up discover the amber crab was haben wir denn hier schönes Skull Skull und Rocks und identifisch Skull identifisch Skull identifisch Skull identifisch Skull Skull bei sich weiter Hashtag ich habe ein Event identifisch Skull 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 all das ist jetzt jetzt oh 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 Achtung hier kommt man dickes so Basel ist Basel ist wöchert denn down forward ever Achtung kommt noch j j j j j j j j j leider down Hashtag sie schafft ich habe identifisch Skull das gefällt jetzt ne ja das mag ich guck mal was mit dem hier das Schwaben hey Traveller da machen wir wieder mehr Schaden so jetzt gehe ich aber mal hier wieder auf ähm Dextry und dann auf Fokus auf Fokus you must go to the Mesa in den Norden 3 zu Fokus okay ach da oben wurde ja alles klar seit anderer lustige Fragezeichen wenn wir da haben question mark go in se Richtung of the question mark hey wollen die denn da oben die scheinen mir sympathisch zu sein ich glaube ich schließe neue Freundschaften oh wir sind hier jetzt noch irgendwas nicht entdeckt oh weiter gucken hier keine ahnung in welche Richtung oh wir rennen ja nur so ein paar Viecher der ist endlich kein Problem ich weiß ja nicht oh oh falsche Richtung meine Güte die halten jetzt viel aus ne naja jetzt das ist ein Basilisk der ist ekelhaft ekelhaft Junge oh guck mal hier ganz viele Basilisk oh wei oh wei boah boah aber ich bin betäubt ich bin gestunnt scheiß Viecher alle weg boah ah jetzt kommen wir langsam wieder in die Gefilde die wir bereits entdeckt haben oh boah oh boah oh ich bin gleich tot, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot komm zurück bevor es mich auferwissen Boah, Alter Resurrect kostet 7.800 Gold Wiederbeleben kostet 7.800 Gold So teuer jetzt? Mach ich mal Boah, übel, übel Your pet is fleeing You will no longer attack and cannot pick up items for you überhebt, äh, im Boss da, glaub ich ja, ist es dem Scheiß-Pentagramm da Hahahaha Oh, jetzt hat mich aber mal zerlegt aber Freude, jetzt wissen Sie, wie aus wie wenn man marschiert bei mir hätten die das jetzt schon zum sechsten Mal erlebt so ungefähr Komm, lauf durch mein Feuer, lauf durch So ist gleich tot, und down Oh, guck mal hier, ganz viel Gold aus dem Pentagramm Uhuhuhu Gold dusch Ich würde mich aber vielleicht erstmal um den Mopsack kümmern Ach was ach na ninn das mana blä Bill Hoi doch mal Mana is low Du bist mir auch allein Junge ja die dickel kostet nelekt Müllen 生ve